Iris Klein, 55, scheint alle Hemmungen verloren zu haben. Nachdem die TV-Bekanntheit ihrem Mann Untreue vorgeworfen hatte, gab dieser zu, sich in Yvonne Buelke, 41, verliebt zu haben. Seitdem wettert die Mutter von Daniela Katzenberger, 36, gegen ihren einstigen Partner und nimmt kein Blatt vor den Mund. Jetzt feuert sie einen heftigen Schuss in Richtung Ex ab, laut Iris musste Peter im Schlafzimmer auf Potenzmittel zurückgreifen. Das behauptet zumindest die amtierende Dschungelkönigin Djamila Raul, 55, die ein Telefonat mit der 55-Jährigen führte. Iris und ich haben am 12. Februar telefoniert. Sie hat mir da erzählt, dass Peter für seinen Bodybuilding-Sport Steroide nimmt und deshalb ohne Viagra keinen mehr hochkriegt. Käu piieren 3, 2, 1, 2, 2, 3. Sie wird sich in Richtung Sipp. Also haben wir die Mögenablante, die die Mögen zu dem, die den Kälsgrenzen mit ihnen nur genauso um, aber es slideshow und ist es wichtig. Sie ist die Mögenzelle Rindeluk. Untertitelung des ZDF, 2020